Das ist der Rasenroboter, der ist aber nur auf dem Boden und der war ganz schlafen, ganz lustig. Ich bin da hinten zwischen den Bäumen gelegen, der ist so gut, ich war am Artenpfiff, aber der Rasenroboter soll gegen ihn kommen, der ist in Tänkspuner, was war das? Nein, das ist der Robert, der sich da drüben hat und will es noch nicht tun, also ganz gut sind. Okay, okay. Okay. Okay, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020